Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein sechstes Gesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes. Berichterstatter ist der Abg. Bauer, Drucksache 19-2391 zu 19-21999, bitte Herrn Bauer, den Bericht zu geben. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zu dem vorgetragenen Gesetzentwurf. Beschlussempfehlung der Innenausschuss empfiehlt, dem Plenum einstimmig den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vizepräsidentin Heike Habermann, Frau Präsidentin, Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. – Es wird keine Aussprache darüber stattfinden. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit wird dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. – Vielen Dank.